Hallo alle zusammen, wir haben die ersten beiden von 8 Videos durch und das bedeutet, dass wir jetzt alle anderen Videos in ein Video zusammenschneiden werden. Warum? Nun, ich habe die anderen Sachen soweit eigentlich alle fertig und einzeln, aber es ist ewig langes Gelaber ohne Inhalt, das kann man in einem Video sehr viel kompakter erklären. Fangen wir mit den Gesellschaftsformen an. Es gibt im Grunde zwei Arten von Gesellschaften, geordnete Gesellschaften und freie Gesellschaften. Eine geordnete Gesellschaft finden wir zum Beispiel im Mittelalter. Das heißt, wir haben hier starke hierarchische Strukturen. So etwas findet man zum Beispiel auch in absoluten Systemen wie Diktaturen oder Theokratien. Die geordnete Gesellschaft unterteilt sich im Grunde in zwei eigenständige Systeme. Das Ständesystem und das Kastensystem. Das Ständesystem bedeutet, man wird zwar in einen gewissen Stand hineingeboren, kann aber durch gewisse Handlungen diesen Stand verändern. Das heißt zum Beispiel, ein Bauer wird zwar in den untersten Stand geboren, kann aber zum Beispiel dadurch, dass er ins Kloster geht, in einen höheren Stand gelangen, also dem Klerus zum Beispiel angehören. Oder ein Bauer kann sich seine Mistfork sonst wohin stecken und sich dafür ein Schwert schnappen und bei irgendeiner Miliz anfangen. Und wenn er ein guter Kämpfer ist, kann er dadurch sogar irgendwann zum Ritter geschlagen werden, also in den Adel eingehen. Das heißt, die eigenen Aktionen ändern im Ständesystem die eigene Position. Im Kastensystem wird man in eine bestimmte Kaste hineingeboren und bleibt in dieser Kaste. Das heißt, ein Bauer ist ein Bauer, egal was er macht. Wenn sich ein Bauer jetzt zum Beispiel ein Schwert schnappen würde, wäre er dadurch kein Soldat, er wäre ein Bauer, der ein Schwert trägt. Ein schönes Beispiel dafür findet man zum Beispiel in Dragon Age bei den Kunari. Eine freie Gesellschaft haben wir zum Beispiel heutzutage oder sehr weit am Anfang der menschlichen Zivilisation bei Jäger- und Sammlerkulturen. Das findet man aber zum Beispiel auch in industriellen Gesellschaften oder in freien Systemen, wie zum Beispiel der Demokratie oder der Anarchie. In einem freien System gibt es keinen Geburtsstatus. Das heißt, ein Adeliger ist nicht automatisch besser als ein Bauer beispielsweise. Sondern in einem freien System wird, in Anführungsstrichen, der Wert eines Menschen durch das bestimmt, was er hat. Also zum Beispiel, wenn man politischen Einfluss hat, kann man in einem freien System mehr Macht ausüben, als wenn man keinen politischen Einfluss hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel politischen Einfluss hat oder einen großen Reichtum oder zum Beispiel über eine, sagen wir mal, große Streitmacht oder sonstige große Ressourcen verfügt, kann man mehr Einfluss nehmen, als jemand, der keine Ressourcen hat oder weniger Ressourcen hat. Wo wir gerade beim Thema sind, weiter zu den Herrschern. Ich möchte mich jetzt nicht lange auslassen über verschiedene Arten von Herrschern, wie Diktatoren, Könige, Demokraten etc. etc. Da kennt ihr euch alle genug aus, denke ich mal. Alles, was ich hier sage, ist, egal wer herrscht oder wie er herrscht, er braucht eine Legitimation dafür. Das heißt, entweder braucht er selber die Ressourcen dafür, um seine Herrschaft zu legitimieren, oder er braucht jemanden, der ihn unterstützt. Wenn wir uns zum Beispiel mal einen Ritter angucken, dem die Dörfer um die Burg herum Tribut zahlen, gibt es im Grunde eine Abmachung zwischen dem Ritter und den Dörfern. Der Ritter beschützt die Dörfer, dafür bezahlen die Dörfer dem Ritter eine Schutzsteuer. Das heißt, in diesem Fall legitimiert der König, Ritter, Fürst oder was auch immer, seine Macht über die Bauern dadurch, dass er das Militär befehligt und das Militär die Bauern beschützt. Wenn man zum Beispiel ein Kastensystem hat, ist klar, dass nur die obersten Kasten herrschen dürfen. Das heißt, in diesem Fall wäre der Sozialstatus ein ausschlaggebender Faktor. Man könnte aber auch sagen, zum Beispiel im Fall von Händlerfürsten oder von den Corporations bei Cyberpunk, dass das Geld die Musik spielt. Das heißt, da kann sich dann irgendeine Shadowtech Corporation hinstellen und sagen, Tja, es ist zwar eigentlich illegal, aber uns gehört der Laden. Wir betreiben die Straßenbahn, wir betreiben die Sicherheitskräfte, wir betreiben alles. Also entweder dürfen wir jetzt unseren illegalen, kriminellen, bösen Scheiß hier machen oder hier läuft gleich gar nichts mehr. Ella Batch, ne 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 ne. Oder, wenn wir bei Cyberpunk bleiben wollen, Die Politiker, die eingesetzt werden, haben zwar selber keine großartigen Ressourcen oder einen Sozialstatus oder Geld, aber sie werden von den Corporations unterstützt. Das heißt, der Herrscher selber muss nicht unbedingt diese große Machtposition haben oder diese großen Ressourcen haben. Es reicht, wenn hinter ihm eine Organisation oder Gruppe oder was auch immer steht, die ihn unterstützt, wie zum Beispiel eine Gilde, eine Corporation bei Cyberpunk oder im Falle der Demokratie einfach das Volk, das gesagt hat, ja, du darfst jetzt entscheiden, Mama Merkel. Oder, wenn wir wieder ins Mittelalter zurück wollen, die Legitimation durch die Kirche oder durch irgendwelche Götter persönlich kann auch nicht schaden. Und wo wir gerade bei Göttern sind, reden wir ein wenig über Religion. Bei den Religionen einer Fantasywelt stellt sich im Grunde immer die Frage, was brauchen die Leute? Und bevor ich jetzt meine Einkaufsliste vorlese, gebe ich euch eben drei einfache Beispiele. Unser erstes Beispiel wäre ein Land, das von vielen kleinen Staaten regiert wird. Und diese kleinen Staaten liegen miteinander im Krieg. Das heißt, Clan A kloppt auf Clan B rum, Freistaat A will nicht mit Clan B zu tun haben, die kloppen sich auch und so weiter und so weiter. Das heißt, es herrscht eigentlich durchgehend in irgendeiner Form Krieg. Das heißt, es wäre logisch, wenn hier die Anbetung von Kriegsgöttern stark vertreten ist. Weil, wenn man sich den ganzen Tag auf den Kopf haut, dann wäre es nicht schlecht, wenn es da oben irgendwo einen gäbe, den man anrufen kann, damit er einem ein bisschen hilft. Außerdem wäre es wahrscheinlich, dass die Geister der Gefallenen oder Ahnen oder was auch immer verehrt werden, einfach um eine Art Motivation für die Krieger zu schaffen. Also so nach dem Motto, wenn du im Kampf fallen könntest, lauf nicht weg, sondern kämpf bis zum bitteren Ende und du wirst wie ein Gott verehrt oder kommst in den Himmel oder sowas in der Richtung halt. Das zweite Beispiel wäre im Grunde eine Küstenregion. In dieser Region gibt es mehrere große Handelsgruppen, die untereinander handeln und auch mit dem Ausland handeln. Das heißt, hier gibt es sehr viele wohlhabende Bürger. Hier gibt es sehr viel Handel, sehr viel Handwerk. Das heißt, es wäre logisch, wenn hier ein Gott oder mehrere Götter verehrt werden, die mit Handel und Handwerk zu tun haben. Weil wenn man den ganzen Tag versucht, den Gegenüber über den Tisch zu ziehen, wäre es ganz gut, wenn es einen Gott gibt, der einem dabei hilft. Und der einem parallel dabei hilft, dass man vom Gegenüber eben nicht über den Tisch gezogen wird. Unser letztes Beispiel ist eine, sagen wir mal, ländliche Gegend. Viel Wälder, Technologie ist da nicht so weit entwickelt, Seife ist ein Fremdwort. Aber es gibt viel leckeres Fleisch, das auf Beinen rumläuft. Das heißt, ein großer Leute hier wird entweder von der Jagd leben oder davon leben, dass sie nicht von Wölfen gefressen werden. Und für beides wäre ein Gott der Jagd bzw. des Waldes nicht schlecht. Also eine Gottheit, die man anrufen kann, wenn man zum Beispiel auf der Jagd ist, damit man endlich dieses verdammte Wildschwein erwischt, damit die Familie nicht hungern muss. Und ein Gott, den man genauso anrufen kann, wenn man gerade auf der Flucht vor Wölfen ist, damit die Wölfe heute Abend hungrig bleiben. Diese drei Beispiele zeigen im Grunde recht gut, was ich meine. Wenn man eine Region hat, in der es zum Beispiel sehr, sehr selten regnet, ist es wahrscheinlich, dass es da große Tempel für Wettergötter gibt, damit man eben diesen Göttern opfern kann, damit es häufiger regnet. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Verehrung der Götter hängt stark davon ab, was wird in der Region gemacht, was wird in der Region gebraucht und wer lebt in der Region. Es ist bei so gut wie allen Völkern so, dass sie irgendwelche Schöpfungsgötter verehren. Wenn wir allerdings eine Fantasy-Welt haben mit einem ganzen Haufen von verschiedenen Wesen, also Elfen, Menschen, Zwerge und so weiter und so weiter, ist es wahrscheinlich, dass jedes Volk nur seine eigenen Schöpfungsgötter verehrt, wenn die anderen Götter nicht gerade eine Nebenfunktion haben. Also Menschen werden nur den Schöpfungsgott der Menschen verehren, solange nicht zum Beispiel der Elfengott noch Gott des Waldes ist oder der Zwergengott Gottes Handwerks. Genauso würde ein Zwerg sich eher den Bart abrasieren, als elfische Götter zu verehren und so weiter. Das heißt, im Grunde kann man es alles zusammenfassen mit Es werden die Götter verehrt, die in der Region gebraucht werden und es werden die Götter verehrt, die für das eigene Volk wichtig sind. Lokal wird es übrigens auch bei den Nichtspielercharakteren. Dass es lokale Unterschiede gibt, ist eigentlich jedem klar. Leute aus dem rauen Norden sind etwas weniger umgangsleicht, dafür aber etwas trinkfester, während diese feinen Pinkel aus den Ostreichen zwar etwas mehr Geld in Tasche haben und etwas höflicher sind, dafür aber, was Schlägereien angeht, nicht unbedingt bewandelt. Sowas halt. Ich möchte hier als Beispiel mal einfach die Stadtwache anführen. Zum einen, weil ich das alles so schön vorbereitet habe und zum anderen, weil in vielen Fantasywelten, zum Beispiel bei Skyrim, wie wir hier sehen, die Stadtwachen alle mehr oder weniger das exakt selber anhaben und eigentlich nur durch Farben zu unterscheiden sind, wie die Power Rangers. Um euch zu zeigen, was ich meine, lege ich jetzt mal einfach das Standardlayout für eine Stadtwache hin und zeige euch, wie es regional angepasst werden würde. Also ganz allgemein kann man sagen, eine Stadtwache hat eine einfache, aber eine effektive Ausrüstung. Also ganz allgemein gesagt, ein Helm, ein gepolsterter Hanisch und Handschuhe und Stiefel aus Leder. Sie sind erkennbar und einheitlich uniformiert. Also innerhalb einer Stadt kann man klar erkennen, das ist die Stadtwache und nicht irgendeine Gruppe von Abenteuerern oder Söldnern oder sonst irgendwas. Das ist die Stadtwache, das kann man klar auf den ersten Blick sehen. Dazu zählt, dass sie ein Erkennungszeichen der Stadt oder ihres Dienstherren tragen. Also ein Wappen auf der Uniform, speziell gefärbte Umhänge oder sonst irgendwas. Also dass man nicht nur klar erkennt, dass es die Stadtwache ist, sondern auch klar erkennt, dass es die Stadtwache und die dienen diesen und jedem Fürsten. Zudem ist es wahrscheinlich, dass je höher das Mitglied bei der Stadtwache angestellt ist, desto besser wird die Ausrüstung werden. Also die Lederhandschuhe werden beispielsweise erst durch Lederhandschuhe mit Beschlag ersetzt und dann durch Plattenhandschuhe. Und für besondere Leistungen bekommt man Scherpen, Abzeichen oder was auch immer. Das hier wäre jetzt die Standarddefinition für eine 0815-Stadtwache. Egal welche Stadt man hat, die Stadtwachen befolgen dieses Layout. Allerdings kann dieses Layout regional angepasst werden. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wenn wir die Stadtwache jetzt etwas lokal anpassen wollen, dann wäre es zum Ersten wahrscheinlich, dass die Ausrüstung nicht aus Leder und Eisen hergestellt ist, sondern aus lokalen Materialien, wie zum Beispiel Chitinpanzern oder irgendwelchen Echsenschuppen, weil dieses Material in einer größeren Menge verfügbar ist. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass die Stadtwache an die lokalen Gegebenheiten angepasst sein würde. Also zum Beispiel in einer Wüste gäbe es eine Art Sichtschutz oder Brillengläser oder so was in der Richtung, um die Stadtwache vor Sandstürmen zu schützen, während man zum Beispiel bei einer zwergischen Patrouille, die in etwas tiefere Gefilde gehen würde, durch Runenmagie, Nachtsicht oder allgemein irgendeine Sichthilfe installieren würde. Dazu kommt natürlich solche Sachen wie Tarnfarben und so weiter und so weiter. Also die Stadtwache würde logisch angepasst werden an die Umgebung, die existiert. In einer reichen Stadt mit einer geringen Kriminalitätsrate wäre die Stadtwache weniger militärisch als vielmehr repräsentativ zu sehen. Das heißt, die Ausrüstung sieht zwar besser aus, ist aber von der Qualität her nicht so gut, wie sie in anderen Städten ist. Das heißt, man kriegt nicht irgendeinen stabilen Stahlhelm und gut gearbeitete Lederhandschuhe, sondern man kriegt einen zwar dünneren, dafür aber schön gearbeiteten Helm und elegante Handschuhe. Das sieht zwar beim Marschieren total cool aus, aber im Kampf ist das nicht wirklich hilfreich. Das heißt, diese Stadtwache trägt zwar bei den höheren Rängen Prunkrüstung und sieht sehr eindrucksvoll aus, ist aber im Kampf nicht wirklich effektiv. Was daran liegt, dass in einer reichen Stadt mit wenig Kriminalität die Stadtwache nicht irgendwelche Diebe jagen muss oder Morde aufklären muss, um zu repräsentieren, dass der Fürst der Stadt für die Bevölkerung da ist. Wäre die Stadtwache in einer etwas raueren Umgebung angesiedelt, also große Viecher, die rumlaufen, Kriegerkultur und höhere Kriminalitätsrate, dann wäre es wahrscheinlich, dass die Ausrüstung etwas schwerer ausfällt. Das heißt, keine Lederhandschuhe, sondern wirklich Plattenhandschuhe oder halt verstärkte Lederhandschuhe. Zudem wäre es zum einen, weil die Städte wahrscheinlich nicht so viel Geld haben und zum anderen, um die Kriegerkultur zu untermauern, üblich, dass die Mitglieder der Stadtwache ihre Ausrüstung selbstständig aufstocken. Das heißt, wenn man selber zum Beispiel einen guten Helm hat, benutzt man diesen Helm anstatt den Helm der Stadtwache. Und wenn man irgendwann mal ein Troll oder irgendwas Größeres erschlagen hat und davon eine Trophäe hat, trägt man die im Grunde als Rangabzeichen. Das heißt, diese Stadtwache wäre zum einen schwerer ausgerüstet als die Stadtwachen in anderen Städten und zum anderen sind sie sehr einschüchternd, weil sie Fälle von erschlagenen Wehrwölfen oder Trollschädeln mit sich rumschleppen, um so jedem zu zeigen, wenn du hier Ärger machst, passiert mit dir dasselbe wie mit diesem Vieh. Die Stadtwache habe ich jetzt mal einfach als allgemeines Beispiel genommen, weil es sie in so gut wie jeder Stadt gibt. Wichtig ist, dass ihr euch überlegt, wenn etwas überall vorkommt, wie kann es sich ändern, entsprechend der Umgebung, der Kultur und so weiter. Weil dadurch, dass man auf diese kleinen Sachen achtet, wirkt die Welt natürlicher. Ich habe jetzt lang geredet über Stadtwachen, Götter und frag mich nicht was. Die Frage ist, wie packen wir das alles auf eine Landkarte? Und da komme ich mal wieder mit einem meiner tollen Beispiele. Sagen wir mal, ihr habt eine typische 0815 Tolkien Fantasy Welt. Wir haben Elfen, wir haben Menschen, wir haben Zwerge und wir haben Halblinge. Fangen wir mal mit den Zwergen an. Wir sagen einfach mal, die Zwerge leben in den Bergen. Wo sonst? Und wenn wir jetzt einfach mal ganz faul sind, sagen wir, die Berge verlaufen in einer gewaltigen Gebirgskette von Norden bis in den Westen. Dazu kommen dann noch kleinere Reiche für die Zwerge, wo sie dann irgendwelche Felder haben. Nur von Würmern könnt ihr auch nicht leben. Sagen wir einfach mal, die Elfen leben in ihren Waldkönigreichen. Doofe Baumkuschler eben. Und die Menschen und Halblinge leben gemeinsam in vielen kleinen Reichen. Da wir vom Norden bis in den Westen schon eine Gebirgskette haben, sagen wir einfach, im Osten und im Süden verläuft eine Küste. Das heißt, wir haben jetzt eine abgeschlossene Fantasy Welt, meinetwegen Kontinent oder Insel, je nachdem, wer groß ist, gerne haben wollt. Und darauf können wir alles ablaufen lassen, was wir haben wollen. Wenn das Ganze auf eine Karte soll, dann macht es am besten so wie hier. Wir brauchen im Grunde nur die Küstenlinie, ein paar größere Gebirge könnten auch nicht schaden, die Grenzen einzelnen Reiche und die Hauptstädte. Das war's. Es gibt zwei Gründe, warum diese Karte so leer aussieht. Der erste Grund ist, dass man ein Gefühl von Freiheit hat, wenn die Karte sehr weite, weiße Flächen hat. Zum einen fühlen sich dann die Spieler wirklich wie Entdecker, weil sie eben nicht wissen, ob jetzt hinter dem nächsten Hügel ein Goblinbau, eine Höhle oder wirklich ein Dorf liegt. Und zum anderen gibt es dem Spielleiter sehr viel Freiheit, dann zu sagen, ja, da liegt ein Dorf, da könnt ihr eure Vorräte, die ihr vorhin natürlich nicht aufgestockt habt, jetzt wieder auffrischen, bevor ihr mir morgen im Wald verhungert. Und der zweite Grund ist, dass es eine unheimliche Arbeit ist, eine Fantasy-Welt vollkommen auszuarbeiten und ihr eure Spieler früher oder später erwürgen werdet, wenn ihr den Norden wunderschön und detailliert ausgearbeitet habt, sie aber nur im Süden rumlaufen. Aber auch wenn die Karte leer ist, müsst ihr trotzdem wissen, was in euren Ländern vorgeht. Das heißt, ihr solltet zu jedem Land vielleicht eine halbe Seite, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger an Text schreiben können, was sind da für Rassen in dem Land leben, wie die Landschaft so aufgebaut ist, gibt es kulturelle Besonderheiten, welche Religionen sind ansässig, wie ist die wirtschaftliche Lage, was wird importiert, was wird exportiert, was ist die Währung, welche Positionen nimmt dieses Land zu anderen Ländern ein, welche Positionen nimmt das Land gegenüber verschiedenen Gilden ein, gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse, wie zum Beispiel eine Hungersnot oder sonstige Sachen und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr müsst ungefähr wissen, was in den Ländern vor sich geht. Und wenn man die halbe Seite voll hat, kommt der Alpha-Test. Der Alpha-Test besteht daraus, dass man einen Charakter nimmt und den dieses Land reinsetzt und sich dann die Fragen stellt, wie dieser Charakter klarkommen würde. Nehmen wir mal als Beispiel das Zwergenreich und wir packen einen Magier ins Zwergenreich. Die Fragen, die sie stellen sind, darf der Magier überhaupt ins Zwergenreich rein? Wie werden Magier von Zwergen behandelt? Gibt es überhaupt Zwergenmagier? Dürfte der Magier offen zaubern oder ist Magie irgendwas, was Zwerge absolut nicht leiden können? Und dasselbe dann meinetwegen noch mit einem Sonnenpriester. Wie stehen die Zwerge zu anderen Religionen? Dürfte der Sonnenpriester offen predigen bei den Zwergen oder würde dafür ins Gefängnis kommen? Erkennen Zwerge die Religionen von Menschen und Elfen an? Und so weiter und so weiter. Das heißt, dadurch, dass man diesen Charakter in so eine Situation reinpackt, stellt man sich viele kleine Fragen, die man normalerweise vollkommen ignorieren würde. Man könnte jetzt noch lange über Ideen und Anregungen und Inspirationen und so weiter reden, aber erstens ist das Video schon lang genug und zweitens brauche ich ja noch Themen für andere Videos. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge oder sonstiges habt, schreibt sie mir einfach und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video.